I don't care too much for my money, money can buy me love. Moin moin, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Alex Anarcho und heute lesen wir eine weitere Folge bzw. wir lesen weitere Kapitel aus dem Buch Das Scheingeldsystem von Murray Rothbard und wir werden sehen, wie der Staat unser Geld zerstört. Heute haben wir eine kurze Folge vor uns, das liegt daran, dass ich in der nächsten Zeit nicht so viel Zeit habe und da ich ja den wöchentlichen Rhythmus beibehalten will, lese ich einfach heute nur zwei Kapitel, aber das heißt ja nicht, dass es schlechter ist. Ich hoffe, das kommt trotzdem gut bei euch an und generell, wenn ihr Lust auf so kürzere Folgen habt, dann lasst mich das auch wissen. Heute machen wir also weiter mit dem dritten Teil aus diesem Buch und wir schauen uns dabei genauer die staatlichen Eingriffe in das Geldwesen an. In der letzten Folge haben wir da den Auftakt gegeben und ich finde das eine sehr wichtige Folge, weil wir fundamentale Erkenntnisse gewonnen haben über den Staat, wie er zum Beispiel seine Einkünfte bekommt, durch Zwang, also entweder durch Enteignung, direkte Enteignung, durch Besteuerung, was letztendlich auch Enteignung ist, aber halt über diese Geldware geht und deswegen ein bisschen weiter entfernt ist von unserer Wahrnehmung. Das sehen wir dann nur, wenn wir auf den Lohnschein schauen. Und ja, der dritte Weg, wie der Staat uns besteuern kann, ist eben durch die Inflation, das heißt durch die Erweiterung der Geldmenge, die nicht durch eine Erweiterung des Angebots, also zum Beispiel der Goldware, wenn Gold jetzt Geld ist, gedeckt ist. Und ja, das ist letztendlich Raub, beziehungsweise Diebstahl und ja, das haben wir in der letzten Folge gelernt. Ich will da jetzt nicht so weit drauf eingehen, einfach weil, wenn ihr das nochmal hören wollt, dann hört euch das halt an. Wir haben aber auch in der letzten Folge, damit haben wir es abgeschlossen, genauer über die Entwertung gesprochen. Also, wie sah das Entwerten von Geld denn aus, bevor es Banken gab? Und da werden wir heute noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Nämlich, wir werden uns mit dem Gresham'schen Gesetz und die Münzprägung beschäftigen. Einmal mit Bimetallismus und einmal mit gesetzlichen Zahlungsmitteln. Und dann werden wir eine kurze Zusammenfassung von dem hören, was wir bis dato gelernt haben. Also, wirklich eine kurze Folge heute und ich würde sagen, lass uns direkt einsteigen. Nur kurz vorweg, Bimetallismus ist, wenn der Staat zwei Metalle als Geld vorgibt. Und zum Beispiel könnte das Gold und Silber sein. Ja, Gold für die großen Transaktionen und Silber für die kleinen Transaktionen. Aber, das werden wir jetzt auch noch genauer lernen. Ich fange an zu lesen. Staatliche Preiserlasse verfolgten im Wesentlichen das Ziel, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von der staatlichen Inflation abzulenken auf die angeblichen Übel des freien Marktes. Wie wir gesehen haben, ist Greshams Gesetz, nachdem ein künstlich überbewertetes Geld, ein künstlich unterbewertetes Geld aus dem Markt drängt, ein Beispiel für die allgemeinen Auswirkungen von Preis erlassen. Letztlich erzwingt der Staat dabei für eine Geldart einen, in einer anderen Geldart ausgedrückten Höchstpreis. Höchstpreise verursachen Knappheit. Die unter dem Höchstpreis leidende Währung wird gehortet und verschwindet im Export. Und führen dazu, dass diese Währung im Umlauf durch die überbewertete Geldart ersetzt wird. Also hier nochmal ganz grob zusammengefasst, was Greshams Gesetz ist. Wir haben das ja auch schon im zweiten Teil, also Geld in einer freien Gesellschaft, angesprochen, dass das oft missverstanden wird. Also Greshams Gesetz trifft immer dann ein, wenn der Staat Preise festsetzt von zum Beispiel der Geldware. Und jetzt ist es halt so, also wir können das ja am Beispiel machen, wir haben Münzen, die sich über die Zeit abnutzt. Also wir stellen uns vor, wir haben Goldmünzen und keine Ahnung, wenn die mal 500 mal den Besitzer gewechselt hat, dann ist da halt eine kleine Macke drin. Ja, es ist keine volle Goldmünze mehr, sondern da fehlt halt irgendwie 5%. Also eigentlich ist die ja dann 5% leichter, ja, 5% Gold fehlt und damit müsste sie auch 5% an Wert verlieren. Das heißt, diese Münze ist nicht mehr 100% von anderen Münzen wert, die gerade eben aus der Druckpresse gekommen sind oder aus der Münzstätte. Und jetzt kann der Staat sich halt einschalten und sagen, ey Leute, wir sagen jetzt aber, ja, einfach der Einfachheit halber, dass diese abgenutzte Goldmünze genauso viel wert ist wie eine volle Goldmünze. Und damit bewertet der Staat mit seinem Zwang, ja, das ist ganz wichtig, alle Eingriffe, die der Staat in unser menschliches Leben macht, sind durch Zwang gestützt. Das heißt, friss oder stirb, ja, entweder du folgst meinen Gesetzen oder du kommst ins Gefängnis, musst Strafe zahlen und ultimativ, ja, stelle ich dich an die Wand und knall dich ab. Und, ja, jetzt hat der Staat also gesagt, dieses Geld muss aber, diese Münze, die eigentlich 5% weniger wert ist, muss aber für 100% Wert angenommen werden. Und jetzt könnt ihr euch das Beispiel ja selber vorstellen, ihr guckt in euren Geldbeutel und ihr habt da drei neue Münzen drin, ja, wo ihr wisst, die haben noch 100% von ihrem Wert, die haben keine Macken, da fehlt nichts. Und dann habt ihr auch drei Münzen, die abgenutzt sind, ja, bei der einen fehlt vielleicht ein kleiner Chip und dann auf einmal wäre die 10% leichter. Und jetzt steht ihr ja im Laden und kauft euch was und ihr wisst, der Staat hat gesagt, alle Geldmünzen müssen gleich behandelt werden. Welche Münzen gebt ihr zuerst aus? Gebt ihr eure schönen, neuen, vollwertigen Münzen aus oder gebt ihr die alten, abgenutzten und eher leichteren Münzen zuerst aus? Ich denke, die Antwort sollte sich jeder beantworten können oder die Frage sollte sich jeder beantworten können. Man gibt natürlich die abgenutzten Münzen aus, ja, ich kenne das ja sogar schon mit dem Euro, ja, wenn ich einen neuen Euro habe, der schön glänzt und wo vielleicht ein seltenes Zeichen hinten drauf ist, ja, eine neue Edition, dann gebe ich den nicht zuerst aus, ja, dann behalte ich den erstmal, früher oder später gebe ich den natürlich vielleicht schon aus, Aber selbst beim Euro, ja, der ja nichts, der kein Gold inne hat, erkenne ich bei mir diesen Bias, dass ich halt die abgenutzten Münzen zuerst loswerden will. Und vor allem natürlich, ja, also wenn ich jetzt, der Ladenbesitzer, stellen wir uns mal vor, in einer freien Gesellschaft kein staatlicher Zwang, dann lege ich erstmal die abgenutzte Münze auf den Tresen und der Ladenbesitzer schaut so ein bisschen skeptisch und sagt, da fehlt doch eine Ecke. Da möchte ich aber dann noch was dazu haben. Das heißt, der Ladenbesitzer erkennt, dass die Münze keinen vollen Wert hat und möchte natürlich auch nicht abgezogen werden und würde dann sagen, du musst mir mehr geben. Wenn jetzt aber der Staat praktisch hinter ihm steht und ihm die Knarre an den Kopf fällt und sagst, Alter, du musst die Münze nehmen oder du kommst ins Gefängnis, dann sieht die Sache ein bisschen anders aus und dann schluckt der Ladenbesitzer und nimmt die Münze an. Natürlich ist es jetzt in der wirklichen Welt nicht so, dass der Staat da tatsächlich mit der Knarre dahinter steht. Zumindest sieht man ihn in der Regel nicht. Aber natürlich müssen wir einfach festhalten, wir stellen uns jetzt einfach mal das Beispiel vor, der Ladenbesitzer weigert sich, die Münze anzunehmen und dann macht der Kunde einen Riesenaufstand und sagt hier, ja okay, jetzt hole ich die Polizei, weil ich kenne ja das Gesetz und ich weiß ja, dass die verpflichtet sind dazu, die Münze, auch wenn sie abgenutzt ist, zum vollen Preis anzunehmen. Und dann kommt der Ladenbesitzer noch ins Gefängnis. Also nur weil man da jetzt nicht direkt den Gauner hinter dem Ladenbesitzer stehen sieht, ja, nur weil wir den Staat nicht immer in unserem Leben sehen, heißt ja nicht, dass der Zwang nicht da ist. Und genau, das ist halt immer, das muss man sich klar machen, ja. Was passiert, wenn ich jetzt hier Nein sage? Was passiert, wenn ich mich quer stelle? Und wenn die Antwort ist, ja, dann wirst du abgeführt und ins Konzentrationslager oder ins Gefängnis gesteckt, dann ist es halt so, ja, es spielt jetzt keine wirkliche Rolle, dass da nicht jemand daneben steht. Ich weiß, dass es eventuell dazu kommen wird und genau, das ist das Entscheidende beim Staat. Aber jetzt habe ich schon wieder zu lange geredet, sollte ich eigentlich eine kurze Folge sagen. Also wir machen weiter. Wir haben gesehen, wie sich das im Fall von neuen gegenüber abgenutzten Münzen auswirkt. Einem der frühesten Beispiele für Greshams Gesetz. Nachdem die Regierungen dem Geld eine neue Bedeutung gegeben hatten, bloße Worte anstatt Metallgewicht, und die Geldeinheiten zu ihrem eigenen Vorteil, nicht zu dem der Allgemeinheit, standardisiert hatten, gaben sie neuen und abgenutzten Münzen den gleichen Namen, obwohl sie von unterschiedlichem Gewicht waren. Die Folge war, dass die Leute die folgewichtigen neuen Münzen sammelten oder exportierten und die abgenutzten Münzen in Umlauf brachten. Während der Staat wegen einer Lage, die er selbst verschuldet hatte, Verwünschungen gegen Spekulanten, Ausländer oder den freien Markt im Allgemeinen ausstieß. Also, das ist ja auch wieder das Tolle. Wir haben ja jetzt genau das gesehen, was ich gerade auch beschrieben habe. Und das Tolle ist jetzt, nicht, ja, es ist nicht das Tolle, das ist sarkastisch, meine Freunde. Das Tolle ist jetzt, dass der Staat dann dahergeht für eine Situation, die er selber herbeigeführt hat. Ja, wo er eigentlich nur in den Spiegel schauen muss, um den Schuldigen zu sehen. Da zeigt er mit dem Finger auf den freien Markt, ja, die bösen Spekulanten, die bösen Ausländer, die das Geld, das vollwertige Geld exportieren. Und die Leute, die auf dem freien Markt handeln und so weiter, das sind die Schuldigen, ja. Aber bloß nicht die eigene Fratze im Spiegel sehen. Das ist immer, das ist nicht so nur beim Greshamischen Gesetz so. Das ist bei allen Sachen vom Staat so, ja. Der Staat macht immer einen Eingriff in die Wirtschaft, dann passiert irgendwas Unvorhergelesenes. Es ist immer so, ja, also immer, wenn der Staat ein Gesetz macht, erreicht er genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich erreichen will. Aber er zeigt dann auf die Leute im freien Markt, ja, die eigentlich nur ihren eigenen Interessen folgen, wie sie das immer tun und sagen, das sind die Schuldigen, ja. Wir müssen noch weiter eingreifen. Zum Beispiel beim Mindestlohn, ja. Mindestlohn soll ja eigentlich den Leuten helfen, die gerade in den Beruf gehen, damit sie sich finanzieren können und so weiter. Und dabei schadet es gerade diesen Leuten, ja. Wenn ich aus der Hauptschule komme und ich muss einen Job finden, dann ist meine Arbeit halt noch nicht so viel wert, ja. Gut, ich kann lesen, ich kann rechnen, ich kann vielleicht eine Fremdsprache, aber mehr kann ich da nicht. Das heißt, ich müsste erst irgendwo anfangen zu arbeiten, um mir Skills anzueignen, um mich weiterzuentwickeln, um dann auch ein höheres Gehalt kommandieren zu können. Aber dadurch, dass der Mindestlohn bei, keine Ahnung, 25 Euro ist, kann ich einfach, finde ich keinen Job, ja. Weil keiner sagt, deine Arbeit, die du jetzt gerade bringen kannst, ist 25 Euro wert. Das heißt, zum Beispiel der Mindestlohn führt genau zum Gegenteil, wo er eigentlich hinführen sollte. Und das ist bei allen anderen staatlichen Eingriffen auch so und eben auch hier beim Geld. Also, deswegen immer, wenn die Leute sagen, der Kapitalismus ist schuld, einfach mal kurz anhalten und fragen, wo hat der Staat da seine Finger im Spiel? Und könnte das nicht vielleicht die tatsächliche Ursache für unser Problem sein? Und ich garantiere, in 99% der Fällen wird die Antwort darauf ja sein. Also, ein besonders wichtiger Fall von Greshams Gesetz war das fortwährende Problem des Standards. Wir sahen, dass der freie Markt Gold und Silber als parallele Standards schuf und dass ihr Wechselkurs sich nach dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage frei bewegte. Doch die Regierungen entschlossen sich, dem freien Markt zu helfen, indem sie Eingriffen und die Dinge vereinfachten. Vereinfachten in Anführungszeichen natürlich. Wie viel klarer lägen die Dinge doch so ihre Eingebung, wenn der Wechselkurs von Gold und Silber festgelegt wäre, beispielsweise bei 20 Silbermünzen für eine Goldmünze. Dann könnten beide Geldarten immer zu einem bestimmten Tauschverhältnis zirkulieren und, was noch viel wichtiger ist, der Staat könnte sich endlich von der Last befreien, Geld nach seinem Gewicht statt nach guten Worten Hand zu haben. Stellen wir uns eine Geldeinheit vor. Der Ruhr. Der von Ruritanien als ein Zwanzigstel einer Unze Gold definiert wird. Wir haben gesehen, wie wichtig es für den Staat ist, die Öffentlichkeit glauben zu machen, der Ruhr sei eine abstrakte, eigenständige Einheit, die nur lose an Gold gebunden sei. Welcher Weg wäre besser, dies zu erreichen, als den Wechselkurs zwischen Gold und Silber festzulegen? Denn so wird aus dem Ruhr nicht nur eine Zwanzigstel Unze Gold, sondern auch eine Unze Silber. Die genaue Bedeutung des Wortes Ruhr, nämlich eine Bezeichnung für ein Goldgewicht, ist nun verloren gegangen. Und die Leute beginnen zu glauben, der Ruhr sei etwas eigenständig Fassbares, das vom Staat aus guten und effizienten Gründen bestimmten Gold- und Silbergewichten irgendwie gleichgesetzt wird. Also, wer schon die Anatomie des Staates gehört hat, der weiß ja, dass Ruritanien einfach ein fiktives Land ist, damit wir uns da nicht so angegriffen fühlen. Ja, zum Beispiel, wenn ich Amerika höre, da habe ich schon negative Assoziationen. Ja, da denke ich an den Militärindustriekomplex und so weiter und so fort. Also, deswegen behandeln wir einfach ein fiktives Land, Ruritanien, ja. Und da können wir jetzt keine wirklichen Emotionen dafür haben, weil das ja gerade erfunden wurde. Also, Ruritanien hat eine Einheit, den Ruhr. Und der Ruhr entspricht einer Zwanzigstel Unze Gold. Das ist ja ähnlich wie beim Dollar. Wir sagen jetzt einfach mal Ruritanien. Also, der wichtige Schritt vom Staat ist jetzt, einen Bimetallismus herbeizuführen, indem er eben staatlich festlegt, dass ein Ruhr einer Zwanzigstel Unze Gold entspricht und auch 20 Silbermünzen, das heißt einer Unze Silber. Und natürlich ist jetzt ganz wichtig, und das hatten wir auch in der letzten Folge schon, dass die Entkopplung zwischen dem Namen und dem Gewicht stattfindet. Das heißt, wir sagen jetzt immer nur noch ein Ruhr und nicht eine Zwanzigstel Unze Gold. Und dann fangen halt die Leute mit der Zeit an zu glauben, ja, der Ruhr ist etwas Eigenständiges. Der hat ein Eigenleben und nur lose ist der mit Gold verwandt, obwohl er ja eigentlich komplett aus Gold besteht und eigentlich nur ein Synonym für ein bestimmtes Gewicht an Gold ist. Und wenn der Staat dann das erreicht hat, dann ist eben Tür und Tor für die Manipulation von Geld geöffnet. Also werden wir das im nächsten Paragrafen sehen. Nun erkennen wir, wie wichtig es ist, von patriotischen bzw. nationalen Bezeichnungen für Goldunze und Gramm Abstand zu nehmen. Sobald ein solches Etikett die weltweit anerkannte Gewichtseinheit ersetzt, wird es für die Regierung weitaus einfacher, die Geldeinheit zu manipulieren und ihr ein scheinbares Eigenleben zu verleihen. Der festgelegte Gold- und Silberkurs, bekannt als Bimetallismus, erfüllt diese Aufgabe sehr geschickt. Seine andere Aufgabe, die Vereinfachung der nationalen Währung, erfüllt er jedoch nicht. Denn wiederum griff das Gresham'sche Gesetz. Gewöhnlich legt der Staat den Wechselkurs der beiden Metalle, sagen wir ein Zwanzigstel, anfangs beim aktuellen Kurs des freien Marktes fest. Doch wie alle Preise auf dem freien Markt, verändert sich unvermeidbar auch dieses Tauschverhältnis mit der Zeit, da sich die Bedingungen von Angebot und Nachfrage ändern. Sobald eine Veränderung eintritt, veraltet der festgelegte Bimetallkurs. Die Veränderung führt entweder zu einer Überbewertung des Goldes oder zu einer solchen des Silbers. Das Gold verschwindet dann in den Kassen, auf dem Schwarzmarkt oder im Export, während Silber aus dem Ausland und den Kassen herausströmt und so zum allein zirkulierenden Geld in Ruritanien wird. Jahrhundertelang kämpften alle Länder mit den katastrophalen Auswirkungen plötzlich wechselnder Metallwährungen. Zuerst floss Silber herein und das Gold verschwand. Dann, wenn sich die relativen Marktverhältnisse änderten, floss Gold herein und das Silber verschwand. Also, wir merken uns, wenn der Staat Bimetallismus einführt. Und Bimetallismus heißt einfach nur, er legt zwei Geldmetalle als Geld fest. Und zum Beispiel könnte das Gold und Silber sein und sagt dann aber auch im nächsten Schritt, ich bestimme ein festes Tauschverhältnis von Gold zu Silber. Dann macht er das, ja, Tag Null sozusagen, er schaut in den Markt, ja, was sind denn gerade die Tauschverhältnisse? Ah, ein Zwanzigstel, alles klar, dann mache ich das zum Kurs. Und ab dann kann sich dieses Verhältnis nicht mehr frei verändern. Es verändert sich aber de facto, ja, die Nachfrage und das Angebot von Gold und Silber verändern sich über die Zeit. Manchmal wollen die Leute mehr Silber haben, manchmal wollen die Leute mehr Gold haben. Aber, wenn sich das Verhältnis nicht mehr frei auf dem Markt verändern kann, dann führt es eben zu Greshams Gesetz. Das heißt, das eine Geld ist überbewertet und das andere Geld ist unterbewertet. Und es führt dazu, dass auf dem Markt mehr Geld verfügbar ist, das überbewertet ist, als das Geld, das unterbewertet ist. Ja, wir machen wieder das Beispiel, du stehst im Laden, guckst in deinen Geldbeutel, hast drei Silbermünzen, drei Goldmünzen. Du weißt, dass Silber überbewertet ist, ja, jeder bezahlt gerade alles mit Silber. Ja, dann wirst du auch dein Silber zuerst loswerden wollen und dein Gold behältst du. Und exportierst es vielleicht lieber und holst dir noch mehr Silber aus dem Ausland. Das heißt, auch hier greift wieder das Greshamsche Gesetz. Der Staat hat ein Angebot bzw. ein Preis festgesetzt als Konstante in der Wirtschaft. Das ist kein natürlicher Marktprozess. Normalerweise fluktuieren die Preise je nach Angebot und Nachfrage von den Individuen im Markt. Und damit führt es zu einer Knappheit von dem einen Metall und zu einem Überfluss von dem anderen Metall. Und natürlich, das ist jetzt keine Sache, wo man so sagen kann, ja, ist halt egal, dann bezahle ich meine Sachen mit Silber. Sondern das hat Auswirkungen auf die Wirtschaft und natürlich auf die Leute, die unter diesem Wirtschaftssystem leben. Das heißt zum Beispiel, mein Silber, was ich mir angespart habe über die Zeit, verliert auf einmal einen Wert und ich kann mir meine Pension nicht mehr leisten. Oder das Gold, das ich mir angespart habe, verliert einen Wert. Und natürlich kann man so auch nicht planen. Deswegen einfach, der Schritt ist immer ganz einfach. Lieber Staat, halt dich raus, mach nix, ja, du kannst es nur schlimmer machen. Der Freimarkt wird es schon richten. Und ja, das könnte sich jetzt ein bisschen blauäugig anhören, aber es ist tatsächlich so. Warum sollte der Staat die Verhältnisse von Gold und Silber besser kennen als der Markt selber? Und eine Fußnote, die hier noch dazu kommt. Viele Entwertungen ereigneten sich in der Tat versteckt. Die Regierungen behaupteten, dass sie den offiziellen Gold- und Silberkurs lediglich in größere Übereinstimmung mit dem Markt brächten. In größerer Übereinstimmung, ja. Das heißt, nach und nach passen sie dann halt die Kurse an und also sie gestehen ja hier jetzt auch letztendlich schon ein, dass sie irgendwo vom Markt entfernt sind. Also, wir machen weiter. Nach Jahrhunderten von den Zusammenbrüchen des Bimetallismus ermüdet, entschieden sich die Staaten schließlich für ein Metall, gewöhnlich Gold, als Standard. Silber wurde auf den Rang einer Scheidemünze verwiesen, für kleine Nennwerte doch nicht zum vollen Gewicht. Auch das Prägen von Scheidemünzen wurde vom Staat monopolisiert und da diese nicht zu 100% durch Gold gedeckt waren, wurde es zu einem Mittel der Geldmengenerweiterung, also Inflation. Die Ermittlung von Silber als Geld war für Leute, die für verschiedene Geschäfte lieber Silber benutzten, sicherlich ein Nachteil. Es stimmt einiges am Schlachtruf der Bimetallisten, es sei ein Verbrechen am Silber begangen worden. Doch das eigentliche Verbrechen war der Zwang, mit dem anfangs der Bimetallismus an die Stelle des parallelen Standards gesetzt wurde. Der Bimetallismus schuf eine ausweglose Situation, der der Staat nun begegnen konnte, indem er entweder in Gelddingen wieder volle Freiheit zuließ, also parallele Standards, oder eines der beiden Metalle als Geld herausgriff, Gold- oder Silberstandard. Uneingeschränkte Freiheit in Gelddingen hielt man nach all den Jahren für absurd und weltfremd und so wurde im Allgemeinen der Goldstandard eingeführt. Also das ist natürlich auch, das ist einfach so eine Tatsache. Immer wenn der Staat in die Wirtschaft eingreift, dann führt sein Eingreifen zu unvorhergesehenen Nebeneffekten. Und jetzt steht der Staat wieder vor einer neuen Entscheidung, ja er hat ein Problem sozusagen in der Gesellschaft und er kann sich entscheiden, hey, greife ich jetzt, also erstmal, ich könnte natürlich das, was ich vorhin eingeführt habe, zum Beispiel den Bimetallismus oder den Mindestlohn, könnte ich aufheben. Oder ich führe einfach noch ein Gesetz ein, mit dem ich versuche, den ungewollten Nebeneffekt, ja, zu verhindern sozusagen. Natürlich, wenn wir die Logik, die wir beim ersten Schritt schon angewendet haben, wieder beim zweiten Schritt anwenden, dann führt der zweite Eingriff auch wieder zu unvorhergesehenen Nebeneffekten. Und dann hat der Staat wieder die Entscheidung, hm, möchte ich jetzt mein Gesetz 1 und 2 aufheben oder möchte ich ein drittes Gesetz verabschieden, mit dem ich die ungewollten Nebeneffekte von Gesetz 2 verhindere. Und ihr könnt dieses Spiel immer weiterführen, das führt zu einer ewigen Spirale, eine Interventionsspirale, wo der Staat halt immer sagt, oh ja, hier habe ich ein Problem, da muss ich mit dem Gesetz kommen und das Problem lösen sozusagen. Und dann auf einmal, oh, ja, wer hätte denn das gedacht, ein unvorhergesehener Nebeneffekt, ja, dann mache ich halt noch ein Gesetz. Und am Ende dieser Spirale steht halt die komplette Kontrolle des Staates über uns, die Individuen, über die Gesellschaft, über die Wirtschaft und so weiter. Also am Ende dieser Spirale ist eigentlich eine komplette Planwirtschaft, eine komplette, ein kommunistisches System, ja. Ja, stellt euch vor, wie 1984, alle Bereiche des menschlichen Lebens sind geregelt und vom Staat kontrolliert und natürlich das alles mit Zwang. Und diese Interventionsspirale, das hat sich schon Ludwig von Mises ausgedacht, also da könnt ihr da nochmal ein bisschen mehr darüber lesen. Und so ist es halt auch hier, ja, also Bimetallismus wird eingeführt, dann bricht das eine Metall zusammen, dann das andere Metall zusammen und die Staaten sind müde geworden und haben dann gesagt, ey Leute, eine gute Idee, lasst uns doch nur ein Metall als Standard nehmen und das machen wir Gold, ja. Das heißt, der Goldstandard wurde eingeführt durch Zwang, ja, das ist das Wichtige. Der Staat hat den einfach mit Zwang eingeführt. Weil wir haben ja auch schon gesehen, auf dem freien Markt würde sich wahrscheinlich ein Geld etablieren, einfach weil es einfacher ist, eine Rechnungseinheit zu haben. Aber natürlich, wenn du deine Sachen mit Silber zahlen willst, beziehungsweise wenn du deine Sachen für Silber verkaufen willst, dann sollte dir da niemand die Pistole an den Kopf halten und sagen, du darfst das nicht. Und das muss man auch festhalten, ja, für die Leute, die Ethik der Freiheit gehört haben, die wissen das schon. Das eigentliche Verbrechen ist der Zwang in den Leben der Individuen, die unter dem Staat leben, ja. Also, dass dir jemand die Pistole an den Kopf hält, das ist das Verbrechen, ja. Ob der jetzt sagt, das Silber ist Geld oder das Gold ist Geld, das ist ja eigentlich letztendlich egal. Wichtig ist, oder der charakterische Unterschied ist der Zwang. Beim einen wird dir Zwang angetan und im freien Markt halt nicht, da kannst du es dir selber aussuchen. Okay, also kommen wir zum zweiten Punkt in diesem fünften Kapitel mit dem Greshamischen Gesetz und zwar gesetzliche Zahlungsmittel. Wie konnte der Staat der Geldwirtschaft seine Preiserlasse aufzwingen? Durch eine Einrichtung namens gesetzliches Zahlungsmittel. Geld wird zur Bezahlung von Schulden aus der Vergangenheit und für gegenwärtige Bargeschäfte verwendet. Da in den Rechnungen nur mehr der Name und nicht das Gewicht der Landeswährung auftauchte, begann man in Verträgen Zahlungen in bestimmten Summen von Geld zu vereinbaren. Die Währungsgesetze bestimmten, was dieses Geld zu sein hatte. Als nur das ursprüngliche Gold bzw. Silber zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt wurde, hielten die Leute das noch für harmlos. Doch sie hätten erkennen müssen, dass ein gefährlicher Präzedenzfall für die staatliche Herrschaft über das Geld geschaffen worden war. Also ein Präzedenzfall ist immer so ein erster Fall, das erste Vorkommen. Und da kann man sich jetzt drüber streiten. Der Staat sagt, also stellt euch vor, wir haben eine Wirtschaft, die de facto alles in Gold geregelt wird. Und dann kommt der Staat daher und sagt, ey Leute, alle Geschäfte müssen in Gold geregelt werden. Dann sagt man natürlich als Bürger, ey was juckt mich, ich mache das ja eh schon alles in Gold, da bin ich ja nicht davon betroffen. Da sieht man aber den entscheidenden Unterschied nicht. Der Staat hat sich auf einmal in die Wirtschaft eingemischt. Das ist ja eigentlich das, was man kritisieren sollte. Und nur weil das mich nicht direkt affektiert, heißt das ja nicht, dass es nicht später zu einem Problem werden kann. Und genauso wie das beim Geld der Fall ist, könnte man auch sagen, das ist heute bei der Meinungsfreiheit so. Also da wird dann zum Beispiel Julian Assange verfolgt und so weiter. Das ist ein wichtiger Präzedenzfall. Auch wenn die Leute, wenn du jetzt sagst, was juckt mich, der Assange, ich habe damit ja nichts zu tun. Das ist okay, ja, so kannst du denken. Aber du solltest nicht vernachlässigen, dass es ein Präzedenzfall ist, wo der Staat sich halt einschmischt und sagt, Leute, das dürft ihr sagen, das dürft ihr nicht sagen. Weil irgendwann wird das auch dich treffen. Also, wenn der Staat beim ursprünglichen Geld bleibt, sind Bestimmungen über gesetzliche Zahlungsmittel überflüssig und unnötig. Also das ist auch so ein Mantra irgendwie für Staatsis. Da gibt es so eine tolle Grafik. Da hält der eine, stellt euch so vor, so Klo-Männer mehr oder weniger, ja, also diese Figuren, die eben auf den Klo-Kabinen drauf sind. Der eine hält dem anderen eine Pistole an den Kopf und darunter steht Statism. Ideen so gut, they have to be mandatory. Also Ideen so gut, dass man sie durch Zwang aufdrücken muss. Weil wir stellen uns nochmal eine freie Gesellschaft vor, wo alles de facto in Gold geregelt wird. Warum muss der Staat dann erzwingen, dass alles in Gold geregelt wird? Ja, der freie Markt hat sich ja das schon dafür entschieden. Und das war eine gute Idee. Sonst hätten die Leute sich nicht dafür entschieden. Also warum muss man da jetzt noch Zwang dazu führen? Und wenn die Leute sich eh alle freiwillig dafür entscheiden, dann ist es ja auch unüberflüssig, dass da noch ein Gesetz verabschiedet wird. Doch der Staat kann auch qualitativ schlechtere Währungen Seite an Seite mit den ursprünglichen zugesetzlichen Zahlungsmitteln erklären. So könnte der Staat verfügen, dass Schulden mit abgenutzten Münzen genauso gut beglichen werden können, wie mit neuen Münzen. Oder dass Gold und Silber in einem festen Verhältnis zueinander stehen. Dann schaffen die Währungsgesetze einen Anwendungsfall des Gresham'schen Gesetzes. Also wenn der Staat dann solche Sachen verabschiedet, dann wissen wir, dass das Gresham'sche Gesetz greift. Und dazu noch eine Fußnote. Und das hat Lord Farah Studies in Currency 1898 geschrieben. Also wenn Währungsgesetze ein überbewertetes Geld stützen, so hat dies noch einen weiteren Effekt. Sie bevorteilen die Schuldner auf Kosten der Kreditgeber. Denn Schuldner können ihre Schulden nun mit einem sehr viel kaufschwächeren Geld begleichen. Und die Kreditgeber werden um ihr rechtmäßiges Geld gebracht. Also wenn ich ein Zahlungsmittelgesetz habe, das hatten wir ja vorhin mit dem Ladenbeispiel schon, dann lege ich zuerst meine abgenutzten Münzen auf den Tisch. Und genauso würde ich das ja auch mit einem Vertrag machen, wo ich dann sagen muss, ja in 10 Jahren muss ich dir aber das geben, dann gebe ich dir meine abgenutzten Münzen. Und jetzt ist wichtig hier. Da ist noch ein weiterer Effekt, der dazu kommt. Ja, also einmal, dass die Schuldner auf Kosten der Kreditgeber bevorteiligt werden. Das ist wieder eine Win-Lose-Situation. Und natürlich ist die durch Zwang herbeigeführt. Aber es geht noch weiter. Die Wegnahme des Eigentums der Kreditgeber nützt jedoch nur den Schuldnern, deren Schulden noch ausstehen. Zukünftige Schuldner werden unter einer Verknappung von Krediten leiden, die dadurch hervorgerufen wird, dass man sich an die Beraubung der Kreditgeber durch den Staat erinnert. Und also, wenn ich weiß, oh ja, gut, jetzt habe ich hier ein schlechtes Geschäft gemacht, der Staat hat eingegriffen und ich habe nur abgenutzte Münzen in meinem Schuldvertrag zurückbekommen als Kreditgeber, dann überlege ich mir das zweimal, ob ich noch einen Kredit ausgebe, weil das könnte ja wieder passieren. Und deswegen leiden letztendlich auch die zukünftigen Schuldner darunter, weil keiner mehr Kredite verleihen möchte. Und jetzt kann natürlich der Staat wieder sagen, oh, wir haben zu wenig Kredite in der Wirtschaft, wir müssen eingreifen. Und das ist natürlich genau diese Interventionsspirale, über die ich vorher schon geredet habe. Eigentlich sollte der Staat sagen, gut, wir müssen die Zahlungsmittelgesetze abschaffen. Und natürlich, Zahlungsmittelgesetze gibt es auch in Deutschland und generell in der EU. Und das ist einfach so, du musst den Euro annehmen, du wirst dazu gezwungen. Und das ist wieder so ein stillschweigender Zwang. Du siehst den Gauner nicht direkt, der dir die Pistole an den Kopf hält, aber ich würde es jetzt nicht darauf ankommen lassen. Also wenn du einen Laden betreibst und du sagst deinen Kunden, Leute, ihr könnt ja nicht mit Euro bezahlen, dann steht vielleicht früher oder später die Polente bei dir vor der Tür und du bekommst Probleme. Aber lasst uns das sechste Kapitel lesen. Und zwar geht es jetzt hier einfach nochmal um eine kurze Zusammenfassung von Staat und Münzprägung. Also eine Zusammenfassung aus der Folge vorher und aus dieser Folge jetzt. Für den Staat waren das erzwungene Münzmonopol und die Verordnung über gesetzliche Zahlungsmittel Meilensteine auf dem Weg zur Herrschaft über das Geld ihrer Völker. Um diese Maßnahmen auszubauen, ging jede Regierung dazu über, den Umlauf der von rivalisierenden Regierung geprägten Münzen zu unterbinden. Die Verwendung ausländischer Münzen war im Mittelalter weit verbreitet und in den Vereinigten Staaten herrschte sie bis zum Mitte des 19. Jahrhunderts vor. Also wir müssen erstmal selber das Monopol über die Münzstätte ergreifen und dann auch gesetzliche Zahlungsmittel einführen, dass wir sagen, Leute, ihr müsst die Gelder so und so benutzen, also entweder mit Bimetallismus oder mit einem Gold- oder Silberstandard. Und dann muss ich natürlich dazu übergehen, dass ich sage, ey Leute, ihr könnt in Deutschland nicht mit dem Dollar bezahlen. Also ihr könnt hier nur mit dem Euro oder mit der Mark bezahlen. Das heißt, wir müssen den Wettbewerb gewaltsam aus unserem eigenen Land heraushalten. Und natürlich rede ich jetzt hier aus der Perspektive von einer Regierung, die ihre Bevölkerung knechten möchte und sich selber daran bereichern will. Innerhalb eines Landes konnten nun nur noch die Münzen des jeweiligen Herrschers benutzt werden. Die Länder untereinander verwendeten für ihre Geschäfte ungestempelte Gold- und Silberbarren. Diese schwächten die Bindung zwischen den verschiedenen Teilen des Weltmarktes noch mehr, trennte die Länder noch weiter voneinander und zerrüttete die internationale Arbeitsteilung. Dennoch, ein wirklich hartes Geld ließ der staatlichen Inflation nicht viel Spielraum. Die Regierungen konnten die Entwertung nicht beliebig weit treiben. Und die Tatsache, dass alle Länder Gold und Silber verwendeten, setzte der Herrschaft, die die Regierung über ihr eigenes Territorium ausübten, klare Grenzen. Die Herrscher wurden durch die Disziplin eines internationalen Metallgeldes in Schach gehalten. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch wenn eine Regierung jetzt das Monopol über die Münzstädte in ihrem Territorium hat, heißt das ja nicht, dass sie das für alle Territorien entscheiden kann. Und es gibt ja viele verschiedene Regierungen auf der Welt. Und die Tatsache, dass es eben noch andere Regierungen gibt, die letztendlich mit der eigenen Regierung im Wettbewerb stehen, und die Tatsache, dass alle diese Regierungen ein hartes Geld, also ein Metallgeld benutzen, hält die Inflation jeder eigenen Regierung mehr oder weniger Maßen in Schach. Das heißt, auch wenn die Lage schlecht war, war sie nicht katastrophal. Die Regierungen konnten nur dadurch zu unumschränkten Herrschern über das Geld werden und ihre Münzfälschereien blieben nur deshalb unangefochten, weil es in den letzten Jahrhunderten zur Verbreitung von Geldsubstituten kam. Das Aufkommen von Papiergeld und Bankeinlagen, die bei voller Deckung durch Gold und Silber ein wirtschaftlicher Segen sind, öffnete die Regierungen Tür und Tor für ihren Weg zur Herrschaft über das Geld und mithin über das gesamte Wirtschaftssystem. Und damit ist die Vorlesung für heute eigentlich auch beendet. Ich hoffe, ich habe das jetzt noch mehr oder weniger geschafft, als eine kurze Folge durchgehen zu lassen. Wichtig ist jetzt natürlich hier, wir haben uns gerade in der Welt von Metallgeld bewegt. Wir haben also davon geredet, dass wir tatsächlich Gold und Silber als Münzform in der Wirtschaft benutzen. Jetzt ist das ja aber in den letzten Jahrhunderten nicht so gewesen. In den letzten Jahrhunderten, das haben wir auch schon gesehen, wurden Geldsubstitute benutzt. Das heißt einfach nur Lagerhausscheine für bestimmte Metalle, ja, also zum Beispiel für Gold. Und ein solches Lagerhaus heißt halt auch Bank. Und dieses Bankenwesen erlaubt es dem Staat, unglaublich viel mehr Inflation zu betreiben. Und wie das genau aussieht, das werden wir in der nächsten Folge erkunden. Wie gesagt, das ist eine kurze Folge heute. Und genau, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, du bist dabei und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss.